Es hat nur funktioniert, ausweist sich natürlich die Bahn 7 mit vielen Tournäen von Buschport. Sehr interessant, vielen Tournäen der jungen Athleten aus Tico Zauber, mittendrin in diesem Werkklasse-Benz. Die Bahn 2 nimmt die Bahn aus China, der Bahn aus China und dann wird es ganz spannend, der Platz mit 3, 2 und 3, es ist dann die Bahn aus Kürtel und Kürtel aus Kürtel aus Kürtel aus Kürtel.